Joa, der kommt her. Ja, jetzt bin ich mal wieder alleine. Wie üblich. Der hier. Doch, du. Ganz eindeutig du. Oh ne, Hunter. Hunter und mein Leben ist sowas von kritisch. Nein, ich versuch's. Er kommt. Wow. Ja, komm her. So, der ist tot. Bleibt nur noch. Der hier. Wow. Der schnitt mich gleich in die Luft. Oh, geschafft. Oh, geschafft. Ich kann nicht versprechen, dass sie wieder aufgeht, wenn sie erst wieder zu ist. Ja, so viel sind von meiner Truppe eigentlich nicht mehr übrig. Ja, hier. Ich kann mich nicht entscheiden, ob Eliten oder Panther das Nervigste sind. Eliten. Und Eliten. Eliten nerven noch mehr. Die können besser zielen. Ja, hier. Und du kannst mir gleich mal dein Gewehr geben. Und du kannst mir gleich mal dein Gewehr geben. Los. Ja. 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 Tanzt für mich. Ja. 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 Da. Ja. Es ist tornar mich. Obwohl ich kein בא welches Leben habe. Egb kann mein wirklich Ding achnen ab. Also entweder ich stürme da jetzt weg. Oder alles klar ist schuld. Ich mache jetzt einen auf taktisch. Oh, Granate. Ah, verdammt. Ja, perfekt. Und ich latsche mal ganz schnell durch. Aktivieren. Nein. Nein. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Habe ich mich ja noch ganz gut durchgemogelt. Ja, los. Ah, nein. Oh, Mann. So, dann schalte ich jetzt mal die hier aus. Die schaltet mich natürlich mal wieder aus. Ach, diese Stelle macht echt keinen Spaß. So. Hier, nimm. Ja, komm her. Ja, auf keinen Fall. Erstmal schön gechillt. Weglaufen. Geh sterben, du scheiß Teil, ey. Mit deinen scheiß Nadeln. Ja, hier. Das muss ich schaffen, die Elite. Einfach mal eine Granate dran werfen. Ja, komm her, Elite. Na, was war denn das jetzt schon wieder? Das finde ich echt scheiße hier. Hier, hier, stirb. Oh, schnell entdeckung. Wow. Run. Jetzt habe ich aber ein gutes Gefühl eigentlich. Ja, komm her. Ich balle jetzt alles über und hoffe, was sich hier zeigt. Ja, komm. Ja, komm. Hier, komm bei Fuß. Ja, hier. Gran ist schon mal tot. Ja, verdammt. Komm schon. Zeig dich. Ja, und da läuft die auch schon. Okay, die ist tot. Jetzt bleibt nur noch die andere Elite. So, hier. Ja. So, jetzt will ich auch Verstärkung haben. Das war nicht leicht. Cortana an Echo 419. Hangar 2 ist offen. Beginnen Sie Anflug. Roger. Echo 419 im Anflug. Ich stehe mal hier in Deckung. Wow. Schnell weg. Los, Leute. Heizt den ein. Wow. Schnell weg. Ich habe nicht vor zu sterben. Und? Ja, komm, hier. Ja, die Elite ist schon mal gestorben. Ja, kommt. Ja, kommt. Ja, gib Ruhe. Ja, ich glaube ich, dass du es mit den allen aufnimmst. Oh, Elite. Kommt, Leute. Ballert die Elite nieder. Ja, dukt sich umloch. Wow, sorry, sorry, sorry. Sorry, Junge, sorry. Ja, still. Ach ja, meine kleine Privatarmee. In so großen Truppen ist sie doch allermassen brauchbar. Und ich sehe es schon wieder in der Brücke. Ich hasse diese Brücken. Ja, geh sterben. Geh sterben. Röst du wohl? So, jetzt sind wir schon auf der zweiten Etage des Landungsdecks. Wow. Von hinten kommen welche. Die sollten wir erledigen. Was zum? Wirft mir gleich die Granate zurück. Was? Oh, nein. Nein. Ach gut, das ist nicht die Brücke. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, ich starte schon wieder bei der Brücke unten. Ja, komm, hier. Volle Preisseite. Und ein paar Granaten gibt's auch noch. Das ist gut. Sehr gut sogar. Ja, der kleine Grunt, den kommt uns auch nicht mehr. Ja, komm. Was zum? Ja, komm her. Komm. Nein, nein. Böse Grunts. Ganz böse Grunts. Los, Leute. Komm, schnell. Rein hier. Ja, ich laufe mal schnell weiter. Es sind einfach zu viele und... Leute, schnell. Ich hab nur noch vier Stück. Naja, besser als nichts. Ähm. Das werde ich nutzen, weil jetzt kommen, glaube ich, die nervigsten Eliten ever. Und wirklich die nervigsten ever. Das war die goldenen mit Schwert. Ja, komm her. Komm her, du schmutzige Elite. Nein, nicht überhitzen. Nein, ganz böse. Nein. Boah. So gut hab ich das ja noch nie geschafft. Ja, noch den kleinen Grunt killen. Und nächstes Mal zeigen wir es Ihnen richtig. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wow. Geh weg. Okay, wo lang? Ja. Ja, noch ein paar Grunt-Wachen, das sind immer gute Zeichen dafür, dass man in die Gefangenentracks kommt. Na ja, ich nicht, aber... Ja, komm. So eine Wichtigkeit wollen wir den Grunt-Wachen auch mal zutrauen. Ja, also gut gemacht. Ist stehen geblieben. Und das heißt, ich muss jetzt hier weitergehen. Durch diesen Korridor. Nein, ich muss jetzt hier weitergehen. Und das ist hier in die Gefangenenartinie. Ich bin hier in die Gefangenenartinie.